Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Arthur. Heute wieder LocoTalk. Jetzt allerdings mal einen, den wir dazwischen geschoben haben, weil wir sehen, wir haben einen akuten Handlungsbedarf. Wir hatten schon am Freitag, dementsprechend mit einem unserer Kunden, eine größere Session, weil es einfach im Zusammenhang mit dem Progressive Web App und Apple einfach Handlungsstrang gibt, also jetzt Handlungsbedarf. Und deswegen haben wir heute einfach gesagt, heute ein LocoTalk aus gegebenem Anlass. Heute heißt wirklich 19. Februar. Heute wählen wir das Datum mal ganz, ganz deutlich, weil es einfach dringend ist. Und bevor ich mich jetzt als Vertriebler total verhänge, würde ich sagen, ich verweise mal auf dich und die ganzen Fakten, dass du die Faktenlage einfach mal darstellst. Was steckt da jetzt dahinter? Sehr gern. Auslöser ist der Digital Markets Act der Europäischen Union, auch abgekürzt bekannt unter DMA. Das ist ein Gesetz oder ein Erlass der Europäischen Union, wo es darum geht, dass marktbeherrschende Plattformen sich öffnen sollen, sich öffnen müssen, um dementsprechend auch den Wettbewerb zu stärken, dass auch europäische oder kleinere Anbieter die Chance haben, in diese Plattform reinzukommen, in diesen Plattformen mitzuspielen. Im Englischen wird das auch unter Gatekeeper oder Torwächter bezeichnet. Das ist also so die Idee dahinter. Und da würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen auf die Chronologie eingehen. Dieses Gesetz ist am 1.11.2022 in Kraft getreten. Also jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Wollte kurz sagen, das ist schon eine Weile her. Ja, das ist schon momentär. Und die Regeln selber gelten seit dem 2.05.2023. Also mittlerweile auch schon seit sieben oder acht Monaten Stand heute. Das hat dann allerdings noch ein bisschen gedauert, weil die Europäische Union auch erstmal die entsprechenden Gatekeeper identifizieren musste. Da sind verschiedene Kriterien definiert worden, was jetzt da eine marktbeherrschende Stellung ist, eine marktbeeinflussende Stellung. Und die sind am 06.11.2023 benannt worden. Also das heißt, das ist jetzt nicht mehr ganz so lange her. Da reden wir jetzt mittlerweile von dreieinhalb Monaten. Dass die entsprechend benannt worden sind. Und denen ist jetzt auferlegt worden, dass die sich innerhalb der nächsten sechs Monate öffnen müssen. Dementsprechend für die Marktbegleiter. Und das Ganze tritt somit am 07.03.2024 in Kraft. Also von heute an in, was haben wir heute? Ja, ich glaube in 16 Tagen oder so ist das Ganze. Ist nicht mehr sonderlich lange hin. Okay. Stimmt. So weit, so gut. So weit, so gut. Genau. Und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt müssen wir mal kurz einen technischen Aspekt hervorheben, der ja auch hier bei uns im Titel dieses Locko Talks heute relevant ist. Das ist das Thema Progressive Web App. Was ist das überhaupt? Ich steige da jetzt technisch nicht tief ein. Im Endeffekt ist das die Möglichkeit, eine browserbasierte Anwendung als Standalone-Applikation zu verteilen und dementsprechend auch auf den Endgeräten dann zu installieren oder abzulegen. Der Charme dabei ist, es verhält sich wie eine normale Web-Anwendung, sorry, wie eine normale Anwendung, wie eine App. Also der End-User kriegt eigentlich gar nicht mit. Ist es jetzt eine native App? Ist es eine PWA an der Stelle? Ich habe das genauso auf meiner Oberfläche liegen. Ich habe dementsprechend meine Sandbox drumherum. Daten werden persistiert. Und ich kann dementsprechend auch auf gewisse Geräte-Funktionalitäten wie Kamera, wie Mikrofon zugreifen. Und es werden natürlich auch die entsprechenden Sicherheitsregularien, die die Plattform bietet, eingehalten. Also wirklich eine sehr schöne, komfortable Geschichte. Und gerade auch, wenn wir jetzt an die iPhones denken, iOS, ist das so die, ja eigentlich die einzige Möglichkeit, die einzige gangbare Möglichkeit, um Anwendungen außerhalb des App-Stores auf das iPhone zu bringen. Das heißt, ich muss nur eine URL verteilen. Und dann kann der End-User das einfach auf seinem Endgerät installieren, drauflegen, damit arbeiten. Also eine sehr schöne Geschichte. Deswegen ist es ja auch, genau, deswegen ist es ja auch oft eingesetzt worden, gerade im B2B-Bereich, um es mal gleich zu betonen. Ja, um zumindest die Auswirkungen. Also es ist eigentlich in allen Bereichen, B2B, B2C, C2C, in dem Fall. Also das wird in vielen Bereichen genutzt. Und es ist ein schöner, schlanker Weg und auch ein sicherer Weg, um das Ganze zu verteilen. Da hat Apple sich auch, also wir müssen jetzt mal ganz konkret über Apple reden in dem Kontext, da hat Apple auch in den letzten Versionen einiges an Fortschritten gemacht, dass das Ganze komfortabler geworden ist. Seit 17.3, also so dem letzten großen iOS-Update, wurden sogar Push-Notifications unterstützt, was über lange Jahre von Apple nicht unterstützt worden ist in dem Sinn. Also das heißt, da sind sie wirklich auf einem sehr guten Weg und wir haben auch einige Kunden, die das sehr gerne nutzen. Jetzt natürlich die Frage, warum kocht das Thema jetzt aktuell hoch und was hat das mit diesem Digital Markets Act zu tun und auch dem Zeitplan, der vor uns steht? Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen verschiedene Beta-Versionen von Apple bekommen. Das Thema iOS 17.4, das steht ja vor der Tür, da sind wir mittlerweile in der Beta-3-Stand heute und in dem Rahmen gab es dann etliche Rückmeldungen aus der Entwicklerszene, dass auf einmal PWAs nicht mehr funktionieren, respektive nicht mehr vernünftig funktionieren. Der Hintergrund ist der, dass Apple jetzt in iOS 17.4 im Bereich der Europäischen Union, also wir sprechen ja immer nur über den Bereich der Europäischen Union, auch alternative Browser-Umgebung zulassen muss. Das heißt, bisher war ja nur Safari, respektive nur Browser zugelassen, die das interne Webkit genutzt haben, auf dem auch der Safari basiert. Also das heißt, auch wenn ich einen Chrome oder einen anderen Browser auf meinem iPhone habe, im Hintergrund wird immer Webkit genutzt. Das, was das Betriebssystem standardmäßig mit anbietet, das ist jetzt geöffnet worden mit 17.4. Das heißt, ich werde also auch gefragt, welche Engine möchte ich denn jetzt nehmen, welchen Browser möchte ich jetzt nehmen und könnte dann auch einen alternativen Browser nutzen. Also an sich auch noch alles gut. Apple hat sich da geöffnet, wunderbar. Aber das ganze Thema zerstört jetzt tatsächlich die PBAs. Das heißt, wenn ich jetzt eine PBA aufmache, dann kommt eine Meldung, mit welchem Browser soll das Ganze ausgeführt werden. Momentan kann ich nur Safari auswählen, weil mir zumindest noch keine Alternativen bekannt sind. Wenn ich das auswähle, dann geht das Ganze im Browser als eine Webseite auf. Und dadurch ist zum einen die Funktionalität eingeschränkt und zum anderen sind natürlich auch die ganzen Mechanismen nicht mehr vorhanden, die ich jetzt in der Vergangenheit hatte, dass ich also meine eigene Sandbox hatte, dass ich meine eigenen Daten da persistiert habe, also dass die Daten noch längerfristig persistiert wurden wie Logins, Logindaten oder andere Daten, die jetzt relevant sind für die Anwendung. Also das heißt, PBAs laufen nicht mehr wie bisher, sondern nur noch im Webbrowser und dafür sind sie jetzt eigentlich auch nicht entwickelt. Also das kann auch dazu führen, dass die Anwendung jetzt erstmal nicht mehr funktional ist. Es gab mehrere Rückfragen in den letzten Wochen auch an Apple, was sie da jetzt vorhaben, ob sie das fixen werden, war auch die Hoffnung, dass Apple das Ganze fixt. Aber am 15.02.2024 hat Apple ein entsprechendes Statement herausgegeben, dass PWAs im klassischen Sinne mit iOS 17.4 im Bereich der Europäischen Union nicht mehr unterstützt werden. Und zum Zuhören kann ich da sagen, sowas verschickt an unser Vorstand nachts um halb zwölf. Und am nächsten Tag, statt dass ich mich in meine Joggingklamotten werfen darf, hatten wir dann gleich mal ein Meeting in alle Herrgutsfrühen für unsere Begrifflichkeiten. Ja, da ging es ab. Ja, genau. Das Ganze hat jetzt nämlich auch eine erstaunliche Kritikalität. Das heißt, ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass am 07.03.2024 die entsprechenden Gatekeeper ihre Plattform geöffnet haben müssen. Also das heißt, das iOS 17.4 Release wird dann am 06.03.2024 erscheinen. Und dementsprechend werden viele Benutzer das auch direkt installieren. Ist ja eigentlich auch sinnvoll, weil ja auch Sicherheitsupdates enthalten sind. Das führt dann aber dazu, dass bisher funktionierende PWAs zerstört werden. Jetzt gibt es eine Diskussion in der Entwicklergemeinde oder auch generell in den Foren. Wen betrifft denn das Ganze jetzt überhaupt? Habe ich überhaupt PWAs installiert? Ich weiß es ja unter Umständen gar nicht so genau. Und wie ich eben schon sagte, PWA ist eine schöne Möglichkeit, jenseits des App-Stores Anwendungen auf die Endgeräte zu bringen. Jetzt gucken wir uns mal so verschiedene Klientel an, die das jetzt auch im Business-Kontext nutzen. Und das heißt, ich bin jetzt vielleicht ein Unternehmen. Ich habe dementsprechend als Gerätekategorie iPhones vorgegeben für die Nutzung von den Smartphones her. Ich verteile vielleicht schon native Apps und verteile vielleicht auch ein paar PWAs. In dem Fall ist es für mich relativ einfach, diese PWAs in native Apps umzuwandeln und die über diesen bekannten Weg zu verteilen. Das ist jetzt aber eher was für größere bis große Unternehmen, weil es auch gar nicht so einfach ist, bei Apple einen entsprechenden Account zu bekommen, um über den App-Store dann firmenintern Anwendungen verteilen zu können. Also da muss auch eine Mindestgröße da sein. Und das ist natürlich auch ein entsprechender Aufwand. Jetzt gibt es aber auch eine andere Kundenklientel oder Firmenklientel, die in dem Moment hergehen und die ein Zielpublikum haben, wo sie gar nicht wissen, sind es jetzt Androiden, sind es iOS-Geräte in dem Moment, was für eine Version habe ich überhaupt an der Stelle. Ich möchte jetzt auch nicht diesen Weg über diesen Apple App-Store gehen oder den Google Play Store in dem Moment und dementsprechend nutzen die PWAs, um das zu verteilen, dann an die Partner, die damit arbeiten müssen. Funktioniert super, super komfortabler Weg und bei denen zerbricht natürlich jetzt dieser Weg innerhalb der nächsten paar Tage. Also das heißt, spätestens am 7.3. wird das Ganze zerstört sein. Wenn ich das Ganze jetzt firmenintern im Einsatz habe, nur auf firmeninternen Geräten, dann könnte ich vielleicht sagen, ich zögere das Update noch ein bisschen raus, habe ein bisschen mehr Reaktionszeit. Wenn ich aber mit, in Anführungszeichen, unbekannten Dritten hier arbeite, die werden einfach auf Update klicken, da kann ich auch nicht sagen, wartet doch bitte noch ein bisschen mit dem Update und dementsprechend wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Also ist konkreter Handlungsbedarf jetzt gegeben an der Stelle, dass ich also identifizieren muss für mich, habe ich überhaupt PWAs im Einsatz? Auf welchen Geräten habe ich PWAs im Einsatz? Und was mache ich jetzt mit den PWAs? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich wandle die in eine native App um, verteile die dann über die App Stores. Oder der zweite Weg ist, ich versuche daraus eine rein browserbasierte Anwendung zu machen und muss gucken, ob ich mit den Nachteilen, die daraus resultieren, dementsprechend leben kann. Auch da habe ich jetzt eventuell eine Coexistent, weil das sich dann, eigentlich ist das ein offener Standard, der geräteübergreifend ist, aber dann verhält sich das Ganze auf einmal auf einem Android, anders als auf einem iOS-Gerät. Was natürlich auch unschön ist oder wo ich vielleicht sogar dann zwei Streams dann parallel pflegen muss. Okay, und das ist aber genau das, was wir dann mit unseren Kunden besprechen und dann auch entsprechend umsetzen, je nachdem, welche Lösung angedacht ist oder favorisiert wird. Fafsisiert ist gut. Exakt. Eigentlich hat man ja nicht mehr viel Auswahl. Ja, es ist jetzt, man muss halt schnell eine Lösung finden, man muss schnell irgendeinen Workaround finden. Die Uhr tickt hier wirklich an der Schnelle. Also wenn man jetzt so einen typischen IT-Zyklen denkt, selbst mit Low-Code-Entwicklung, ist das schon extrem sportlich, hier in anderthalb Wochen was auf die Beine zu stellen. Ich muss dementsprechend einen Plan erstellen. Wie gehe ich damit um? Es gibt natürlich noch einen dritten Weg, den ich ja noch gar nicht erwähnt habe. Der da ist, wird Apple das Verhalten vielleicht reparieren? Wird Apple das Verhalten anpassen? Mit einer Version 17.5 oder 17.4.1 oder Ähnlichem. Wir wissen es einfach nicht. Also dazu gibt es keine Aussage. Es kann sein, dass das nie passieren wird. Es kann sein, dass es passieren wird. Und in dem Rahmen bin ich über die OWA gestolpert. Das ist so diese Open Web Advocacy Organisationen, weltweiter Zusammenschluss von Softwareentwicklern, die das offene Web unterstützen. Und die haben dementsprechend auch eine Befragung gestartet, wo man ein Formular ausfüllen kann mit dem Ziel, das Ganze dann an die entsprechenden Gremien bei der EU weiterzugeben, damit die auch Input haben, was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Also ich glaube, wir haben gerade mal so die Spitze des Eisberges in der Diskussion, in den Foren, was ich da so finde. Und was das am Ende des Tages bedeutet, werden wir wahrscheinlich erst in ein, zwei, drei Monaten wissen. Also wer da der Meinung ist, dass er davon stärker betroffen ist, sich einbringen möchte, hat also darüber die Chance. Wir werden das ja auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Und wer möchte, kann das Ganze unterstützen, kann sich da, kann sich dementsprechend da einbringen. Einfach mal durchlesen, was jetzt Ziel von der OWA ist und ob man damit konform geht. Genau, und wer ansonsten noch Details wissen möchte, kann sich gerne an uns wenden. Kontaktdaten werden ja hier bekannt gegeben. Natürlich nicht nur auch im Out-Systems-Umfeld, sondern wir stehen auch so bestimmt gerne mit Rat und Tat zur Seite.